10.09.2023, der Fevo ist im Wald bei Weiler-Swist beim Willerlauf. Wie weit ist das bis zum Stadion von hier aus? Gut zwei Kilometer, Pi mal Daumen, ist doch Warmlaufdistanz, also wer unten am Platz kein Parkplatz mehr findet. Kleiner Geheimtipp, Birkenfahrt sagt mir, dass die Läufer dieses Jahr hier ein Stimmungsnest vorfinden werden. An der Ecke haben wir die Stimmung. An der nächsten Ecke Streckenteilung und Verpflegung. Ja, hier auf der Brücke mag es ein bisschen laut sein, aber dafür ist hier ein schöner Wind. Bei den 30 Grad, die wir dieses Jahr hier haben, nicht verkehrt. Man fängt von dem Reitweg da, gehen hier jede Menge Trampelfade in den Wald. Da geht auch wieder was rum. So, da kommen die fünf Kilometer. 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 Die vier sind jedenfalls. Die vier sind nicht stimmig. Die vier sind jene, eine Magazine an. Sie sind nicht mehr, sondern sehr geboren. Die vier sind immer auf das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Noch ein Geheimtipp zum Parken, die Raststätte hier an der Autobahn Tor ist auf Direkt an der Laufstrecke Auch in Warmlaufdistanz Vrima 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 Super Vrima 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 Danke dir! Danke dir! Danke dir! Danke dir! Bitte links laufen! Danke! Ja, das nenne ich Timing! Prima! 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 Ja, so eine Samba-Gruppe hat natürlich auch den Vorteil, dass die umliegenden Streckenposten genau wissen, wann das Feld kommt. Denn wenn die Musik losgeht, dann kann es immer lange dauern. Jetzt ist auch klar, warum das plötzlich so laut war. Die haben die Position gewechselt. Ich stehe jetzt hier an der Hütte, auf dem Rückweg der 10er. Halt es jetzt zweimal kriegen! Prima! 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 Prima Ja Prima Prima Klasse Super Klasse Prima Prima Klasse Super Ist doch wieder super Prima 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 Super Super Prima 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 Rima Super Rima 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 Und um den Frust über die verpasste Pestzeit toben zu können, gibt es da gleich noch einen Sandsack nicht direkt, aber war das letztes Jahr noch nicht weit verwildert? Ist sie hier aufgeräumt worden? Gibt es hier wieder Minigolf? Da gibt es ein Next Duatlon. Eine Runde Golf, eine Runde Lauf durch den Wald. Auf geht's!